Manchmal muss man neue Wege beschreiten, um herauszufinden, wer man wirklich ist. Wir fantasieren über Plätze, an denen wir einatmen, noch mal Kind sind. Ein Ort, wo neues Feuer entfacht und wir kurz Gourmets werden. Wo wir abkühlen und uns aufwärmen. Und dieses Gefühl erinnert mich daran, im Hier und Jetzt zu leben. Um mich mit der Energie des Lebens zu beschenken. Genau aufzupassen, welche Märchen das Herz einem erzählt. Wo ich zur Ruhe komme und gleichzeitig zu Hause bin. Wo ich so vieles erlebe und doch tief mit meinen Liebsten verbunden bin. Ich kann mich erden, entspannen, aufatmen. Und dennoch laufen, rennen, schreien. Und das tue ich. Ich lasse mich fallen und gleiten. Ich nehme so viel auf, tanke so viel Kraft. Ich sehe das Glitzern in den Augen meiner Freunde. Das Lächeln, das sich um ihre Lippen spielt. Und plötzlich weißt du, es ist Zeit für ein neues Abenteuer. Wenn man an nur einem Tag 1000 Märchen erlebt, dann ist das ein bisschen Rudolf. Und diesen Tag, den nehme ich mir. Und diesen Tag, den nehme ich mir. Und das geht trotzdem. Und bei der Lippen ist, das eigene Lust zu leben. Und das ist. Und das schretert. Vielen Dank.